Motro, simpeligant, komfagil. Sprechen Sie Mikra? Hey, und wie bekomme ich die Dinge auseinander? Einfach in der Mitte auseinanderbrechen, Mann. Und wie soll ich jetzt damit essen? Üben, üben, üben mit köstlichen Gemüseteilchen und asiatisch gewürzten China-Bällchen. Jetzt nur bei den Stäbchenwochen und nur bei McDonalds. Drei Jahre lang verfolgt der FBI-Agent Carl Hanreddy Amerikas größten Hochstapler. Doch wie will man jemanden fassen, der ständig jemand anderer ist und die ganze Welt bereist? Von Regisseur Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Catch me if you can. Jetzt im Kino. Ein Welthit. Blue featuring Elton John. Die Single. Jetzt auf dem Mega-Album One Love. Und jetzt die Ziehung der sechs Richtigen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die sechs. Kurz, der Warsteiner Sechserpark-Mehrweg. Praktisch, clever, nur acht Cent Pfand pro Flasche. Das einzig wahre Warsteiner. Ein Haus. Null mit Sohle. Was schönes zum Ansehen ist, brauchen sie. Dass Kinder spielen können. Genau. Dass Windschiffen ganz kranken Kinder erfüllt werden. In Sohassenstraßen-Kinder. Zum Beispiel in Estland. Und in Peru. Und für Mädchen im Saigon. Ohne Moos nichts los. Und wir Kinder, wir entscheiden mit, was mit dem Geld passiert. Heute schon ferngelesen? Pro 7 Text, Seite 100. Hier steht's. Ohne Moos nichts los. Und wir Kinder, wir entscheiden mit, was mit dem Geld passiert. Mh, was riecht denn hier so lecker? Heute gibt's einen richtig deftigen Bauerntopf mit Hackfleisch. Das Hackfleisch anbraten, Kartoffeln und Paprika. Hey! Und das neue Maggi-Fix für Bauerntopf dazu. Da sind feine Kräuter drin. Unser Tipp, mit mehlig kochenden Kartoffeln wird's schön sämig. Mh. Na? Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsgericht. Neu und nur von Maggi. Fix für Bauerntopf mit Hackfleisch. Wir sind das Projekt 2003 vom Mediamarkt. Wir wollen ein billiges neues Jahr für alle. Und dafür gehen wir bis an die Schmerzgrenze. Achten Sie jetzt auf den neuen Mediamarkt-Multimedia-Prospekt in Ihrer Zeitung. Mit Digitalkameras ab 149, PC-Spiele ab 10 und Drucker ab 39 Euro. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Neu und nur von Maggi. Fix für Bauerntopf mit Hackfleisch. Mh. Maggi. Woher wissen Sie, was für Sie das Beste ist? Stiftung Warentest hat 14 Antischuppen-Shampoos getestet. Der Sieger? Head & Shoulders Classic Clean. Dafür gibt es zwei Gründe. Head & Shoulders hat nicht nur die beste Antischuppen-Wirkung. Head & Shoulders macht Ihre Haare außerdem besonders glänzend und geschmeidig. Was Stiftung Warentest bestätigt. Gehen Sie also auf Nummer sicher. Head & Shoulders. Schuppenfreies Haar. Unwiderstehlich schön. Bungie ist gut für die Angst vor der Abfahrt. Brüder. Brüder sind gut für die Ellbogen. Downhill ist gut für das Gleichgewicht. Und Nutella ist gut für die Seele. Nutella aufs Brot. Da hast du was drauf. Halt die Luft an. Sorry. Halt! Das ist mein Wagen! Wären Sie jetzt so freundlich, den Schrott da mal zu entsorgen? Das ist doch echt geil, Mann, ne? Zwei Sicherheitstypen wie wir spielen hier einen auf knallharte Bullen. Du hast was zwischen den Zähnen. Oh, unten oder unten? Nein, Mama! Entschuldigung! Nein, hier! Entschuldigung! Vielen Dank! Oh, Mann! Halt! Stopp! Kontrolle! Das Ziel in der Mitte wird verschont, oder was? Der Bruder da? Ey, der hat vier weiße Knalltüten um sich rum. Seine Hose quillt ja schon über. Lassen Sie ihn runter! In zwei, drei Minuten. Halt nicht. Ah! National Security! Schieb deinen Arsch an die Frösche, Lumpf! Hat dir deine Mutti keine Manieren beigebracht? Eine Frau will höflich gefragt werden! Sie haben doch nicht mehr alle! Na, wie hüpft denn hier wie ein Laubfrosch? Ah! Between me and you! Me and you! Galileo. Lust machen auf die Welt, in der wir leben. Sehen Sie, wie die Dinge des Lebens entstehen. Staunen Sie über Menschen, die an ihre Grenzen gehen. Verstehen Sie, warum passiert, was passiert. Das beliebteste Wissensmagazin Deutschlands. Präsentiert von Ayman Abdallah. Ab 3. Februar schon früher. Toll, oder? Galileo. Ab morgen. 19.25 Uhr. ProSieben.